mit zwei weibes oder teenies erst immer die höchsten komischen fragen was wahrscheinlich von vorn ist ja was sonst ja grandys digga ja klar wenn ich sonst nichts eine woche nicht schlafen hatte flutter fotzen und er ist g steht für gönnen und er gibt mir noch auch man was für ein hurensohn mann er kämpft im schweiz gras du dreckiger wichser der feld und gras die gar noch mehr als cool die ganzen ausgültig sind am stadt erklärt die hut sind doch noch immer ein gras oder was sein ist der das muss ich mir gleich erst mal speichern dass sie das ist so geil ist die glas mama ha gehört da raus mann ich krieg gleichen anfall man jetzt wundert spaß es macht keinen spaß alter nur hurenzirne da guckt er das an mann so er spielt mit wallhack ich spiel mit wallhack ganz einfaches prinzip sehe ich gar nicht einer das hat mich nicht von seinem scheiß hackers one-trippen alter du und deine bewerten sagen ja ist so alter siehst du nicht die sind einfach nur abartig genauso wie vortex alter wird zu dem bild von meinem scheißhaufen digga sowas interessiert mich einfach nicht ja und schick mir doch noch ein bild bei whatsapp alter ist so typisch vortex beste man ja ist der ist auch übelst lustig ich meine muss muss das sein alter man ist die gamer was der keyboard racer racer black widow x chroma die besten fragen was vor text auch immer stellt wie ich mein pipi ja genau so was meine ich was so ist es der typ ja in lab zu stream liga wir haben glaube ich zehn minuten in der tag geschrieben nicht mal pipi nö ich du mein pipi nö damals her und der spaß das war wirklich so naja vortex ist korrekt aber solche fragen ja er ist korrekt aber bis solche zeigen denke mir what the fuck alter also ich verstehe ja schon viel spaß bei solchen fragen aber irgendwann reicht es reicht 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 so dass die letzte runde jetzt reicht so wie heißt das sieht ich muss ja das ist noch ein zweiter typ ich habe gehört jetzt mache ich moab ach im mensch gibt es immer noch nicht wenn ich jetzt moab mach alter ich bin der beste spieler der welt schenk ich den scheißhaufen was schenkst du scheißhaufen scheißhaufen ok dann schwitze ich extra jetzt wer für den war na invisible hacker gg mit dem orpnix invisible ist unsichtbarkeit oder ja was richtig krach ja digga mach doch die scheiße aus wenn ich host wäre würde ich das auch gleich einfach rein machen oder ganz einfach ich bin leider kein host so süßes funktionieren spiele flüssig unter ja hast du holt dich schnell einen runter ich geh einen raum runter ich geh einen raum runter ich geh einen raum runter ja es geht bei mir schnell deutsches reich ja deutsches reich das deutsche reich ey digger mann nachricht zurückgezogen er schreibt deutsches reich zurückgezogen jetzt kriegst du auch von adult fiddling copyright crime in dem deutschen reich wir 2 läuft gerade überhaupt nicht flüssig hätte das lag ja mein stream läuft flüssig yesssssss bei mir läuft grade überhaupt nicht nein 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 schaltet alle bei mir rein wenn ich mich grob so auf youtube bisseh bescheid für kinderbordensumdell genau jetzt ist so stehen da ich schalte ist doch nicht flüssiger ich weiß nicht wohin ich habe einen zuschauer ist kein freund von mir war punk hitler alles spiel 18 kd poseidon bestimmt kein hacker oder me2 läuft überhaupt nicht flüssig ich will nicht warte diese spiel facken ab der spiel ist gleich zu ragen erfunden worden er singt hallelujah gibt es nicht andere scheiße die wegzocken kann man b und an die b3 braucht auch viel zu viel der drei wenn ich installiert laber mich doch nicht voll hier das ist da denn ich weiß gegner die fresse halten da ich meine kraft zu kommen allein ist das ist scheiße mein ich bin mein gefehl für die scheiße er was sind da ist ein besseres spielers tod teilweise ja mann manchmal ist es ein und wir können ach so jetzt habe ich die scheiße wieder nicht untergeladen hat mir dinge zu meinen alter ich bin mir weiterhin mit zwei versteckt flip sei es klar über 1 nehmen b1 hätte ich zeug ich habe ich glaube ich habe nicht installiert webstreet durch clickbait alles klar klickbait ja was haben sie geschrieben webstreet durch ach wehsland wehsdams überhaupt wie ein zuschauer wir können du kannst wierd die 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 Ich streame 10 Minuten und bin schon erfolgreich aus der PewDiePie. Nein, ich kann es nicht. Nein Nee Gleich reicht's, Alter Gleich geht noch irgendwas kaputt So ein ranziger Tod Ja, Shotgun Wieso Drecks gegen Verkehr, Mann, das fackt halt so ab Er gibt mir ein Turn-On Ach Gott, ja, nein, 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 schmied Ey, bist du so ein Hurensohn Ich bin da, aber für 2.0, ja, Digga, scheinlich Ey, Mann, ich glaub heute, wenn ich nicht lange stream, war es fackt am Wochenende Wie lang streamst du jetzt eigentlich schon? Anderthalb Stunden Ja Ey, Mann Steffen lässt morgen vorzuspielen Ja, Digga, ich muss das ja erst runterladen Ich, was? Wie ich zuhause bin, ist sowieso schon 10 oder so Das ist der absolute Rage-Stream Ja, Digga, was soll ich machen, man, diese Scheiß-Hurensohn-Spielfakt da man nur ab, Mann Ein was-Stream ist das, sagt er? Ach, Rage-Stream oder was? Rage-Stream Rage-Stream Ja, das ist ja auch verständlich Was genau ist daran jetzt so schlimm, ist das ein Rage-Stream jetzt? Okay, das ist ein sogar ein Titel in unserer Rage-Stream hier reingeschrieben Ich habe hier nicht mal geranged Es ist ja absolut verständlich, bei den Lobbys, Alter, da würde ich mir auch... Ich würde die auch auf... Was? Alles klar, er hat die Predator durch die Wand durchgehauen Hello, Verano Und hat einen Kill bekommen, ergibt Sinn, oder? Das Problem ist, ich habe eine Rage-Stream-Show Scheiße, mit zwei Wir müssen echt öfter zum T-S-Chain-Vibes, das ist ganz lustig Ja... Das ist ja hyperzaugt, oder? Dann will ich mich facken, das haben wir nur gerade gehabt Mann, den B2 leckt auch mit Scheiß-Bilderten Weiß ich nicht was Hello, Leighton Die fressen, Alter Ich bin so froh, wenn ich morgen den Scheiß-Nach-Prozessor hab, Alter Den alten Prozessor Heize ich einfach gleich ein, Mann Schön verbrennen den Scheiß-Juden-Prozessor, Alter He Ja, gut, du hast noch drei Bötchen, ich meine, ist ja kein Wunder, dass ich so viel kann Ja, aber trotzdem, Mann, der mit zwei ist von 2009, Alter Ich... Oh, Philipp Ja, dann mach ich mich halt ein bissl lauter Ja, aber ich bin schon ganz laut, Mann, ich kann nicht lauter werden So, geht's jetzt besser? Lass mich jetzt besser Warte, sieh in Ordnung Natürlich geht der Hes- Ah, jetzt hat er auch an Chilliges Heesh, ja Oh, starker Warthack, Alter Jungs, ich geh offline, ich will jetzt keinen Nerv mehr Jo Bis morgen Jo, servus Philipp, kannst du mal sagen, ob... Digga, acht Zuschauer, what the fuck? Ich hab zehn Abonnenten, acht Zuschauer Philipp, sag mal, ob's jetzt in Ordnung ist Digga, sch*** Anfall, Mann Das find's sogar lustig, so... Gehen Ich will auch immer mit dem TS mit euch chillen Ja, das glaub ich nicht Wenn wir COD zocken, ist das Geräte, Alter Das ist das... Heizt du nicht aus Ich hab für nichts, Alter Oh, Gott Ja, Philipp, lauter geht's leider nicht Ja, Philipp, lauter geht's leider nicht Letzter Problem Mein Hetz... Warte... Mein Hetz ist leider Scherze 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 Du beschast du halt Der 50 ist geil Der 50 ist S Der 50 ist Der 50 ist Der 50 ist Der 50 ist Naja Die 50 ist Der 50 ist Maje Genau was verstehst du nicht ich probiere es aber es geht nicht scheiß hier ja so ja siehst du es fackt richtig hat ab ich meine lauter kann ich nur so werden wenn ich das komplett vergauschen habe aber das ist dann für den ts wahrscheinlich sogar so oder stefan so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 BWD ist heute einfach unspielbar. Zeig mir einen echten Hasen. Gestern war es viel besser. Okay, Korob. Warte. Es müsste eigentlich flüssig laufen. I don't know what's going on. Warte. Wird gegen zwei Leute, spiele ich doch nicht, man. Ich habe noch mal so eine schwule Lobby. Das ist Ihr Salam hüssen. Warte, digger. Warte, fuck. Vielen Dank. Vielen Dank.